Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute mal Unturned. Alleine auf der Rebirth-Map. Das ist eine Large-Map. Das ist sozusagen der Nachfolger von PEI. Und ja, da hinten sehe ich schon ein Haus. Unturned ist ungefähr, wenn man DayZ mit Minecraft vermischt. Also, es ist ziemlich cool. DayZ, ein richtig cooles Game. Habe ich auch schon mal gespielt. Und Minecraft auch richtig nice. Habe ich auch schon auf diesem Kanal gebracht. Ein paar Tutorials, wie man was mit Redstone macht oder wie man eine Falle baut. Also, da ist ein Crawler. Ja, wir spielen normal. Also auf der Schwierigkeit normal. Und da gibt es auch neue Zombies. Zum Beispiel den Flanker oder den Crawler oder den Burner. Flanker sind so komische Geisterzombies. Piss dich, Alter. Und diese Crawler sind halt, ja, Krabbler. Wie diese Viecher dahinten. Also dieses eine Viecher dahinten. Genau. Ich habe nichts an allen Stellungen geändert. Nur mal so nebendurch. Nicht, dass hier irgendwelche womöglichen Verwechslungen kommen. Ja, wie man sieht, kann man hier auch Sachen looten. Und zwar steht da Pick-up Candy Bar. Also ein Riegel. Und zwar steht da 38%. Das heißt, der ist mehr als 12. aufgebraucht. Das ist jetzt nicht gerade wirklich priggelnd, aber... Naja. So, da ist ein Haus. Hier haben wir ein Seil. Noch ein Seil. Ich blub mich mal am besten. Ich guck mal, was wir hier so haben. Ja, Saft. Hm. Okay, immer noch keine Waffen. Aber ein Magazin, Leute. Ein Magazin haben wir schon mal. Okay. Eine Weste, das ist gut. Ah, endlich eine Waffe, Alter. Warte, was habe ich gerade für eine Weste? Hm. Ich nehme das und Savage. Genau. Dann kann ich mir so ne Bandage-Dinger craften. Und zwar hier hat man noch so ein Crafting-Menü. Und hier, warte, wo ist das? Nee, nicht Sandbag. Ach, kann ich noch nicht. Ach, schade. Ja, im späteren Verlauf kann man halt auch noch Dinge upgraden. Zum Beispiel, das Crafting-Wissen. Und dann kann man natürlich auch mehr Sachen craften. So, ich glaube, ich werde nicht in dieser Stadt bleiben, sondern ich werde irgendwo anders hin. Weil natürlich Zombies und so und die könnten mir ein ziemlich großes Problem bereiten. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was ich hier so für... Oh, nice, ne Colt. Finde ich gut. Finde ich echt gut. So. Ähm. Warte, den Hockeyschläger packe ich auf die... Ups. So, den Hockeyschläger packe ich auf die 2. Und... Stole auf die 1. Weil die hat einen Schuss noch drin. Oh, ein Duffelbag. Also, ein Rucksack. Ein Clip von einem Revolver. Das ist ein Flanker! Piss euch! Alter, warum kann ich nicht angreifen? Oh! Alter! Okay! Runterkommen! Ach du Scheiße! Boah! okay ich glaube ich sollte vielleicht erst mal was essen okay mampfen mampfen und dann noch den saft hier ertränken so jetzt müssten wir eigentlich auch wieder regenerieren genau das magazin nehme ich gerne mit doch da sind chips drin ok ich habe bis jetzt eigentlich nur auf dem easy gespielt habe da mal kurz reingeguckt ich habe auch gold upgrade gekauft das ist ein flanker ok ne sweater vest ich glaube die kann ich weil ich habe da noch so ein duffelback ich nehme mal den hier ne der ist 100% der andere ich nehme die aber trotzdem mal mit falls irgendwie einer kaputt geht ich weiß nämlich nicht ob das geht weil auf dem easy war das so dass sachen nicht kaputt gehen konnten hier ist das aber so und das finde ich auch cool gemacht dass es so realistisch ist und so kann ich über den zaun springen ne leider nicht ähm da ist ein brunnen mal schauen warte wieder kann ich da was trinken kann ich leider nicht hm schade ey naja hier das kann ich zerreißen den kann ich auch zerreißen warum kriege ich von einem hockey schläger metall hm ja so ähm ich glaube man kann auch irgendwie kleber trinken irgendwie so war da was ist jetzt nicht ach du kacke alter bäaam oh dat moni für ne revolver fallen gelassen da hinten sehe ich doch nen crawler ah ne warte das da hinten war kein crawler das da hinten war ein sprinter oder ja sprinter ein sprinter war das ja wie willst du rüber kommen hä ah er zeigt mir den weg ja danke 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 das sind ziemlich viele bretz alter und nochmal bretz haa crawler hey du bist ja so langsam wie die aus der easy version haa alter ne ne ich hab ein medkit ich kann nicht so krass fett heilen ne ich glaube das sollte ich sollte ich das jetzt machen ja ich mach glaube ich nice ok jetzt sind wir wieder voll da ist einfach noch eins das ist ein oh mein gott das ist so ein richtig gutes kit also das ist kein medkit sondern so ein richtig fett geiles das ist eine stufe besser als das medkit das ist eine mücke ist viel alter jetzt habe ich jetzt habe ich mücke an der hand alter naja cuff syrup äh splint ist für ein gebrochenes bein oder für irgendwas gebrochenes das ist noch ein alter junge ich kack grad so auf mein leben ab ne da wollte ich jetzt sowieso nicht rein also peace zombie ich gehe mal weiter ohne dich zu sehen okay jetzt ganz leise die dürfen mich nicht bemerken also wenn die erinnere mich bemerken ne dann ich einmal noch irgendwie mit meiner waffe schieße dann bin ich am arsch ey mit dem witz dann bin ich am arsch okay okay kleber okay 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 habe ich eigentlich noch was ich damit machen kann ein hammer da oben drauf ist noch was eine kanne ne gehippkanne scheiße als ein sprinter mein warum sind hier so viele spezialzombies nein das ist ein crawler okay ne ich sollte hier wirklich weg ey irgendwie warte habe ich eigentlich ne ich habe keine karte ey scheiße 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 naja ich habe mir grad mein scheißbein gebrochen gut dass wir gerade noch so ein ding aufgehoben haben danke jetzt kann ich wieder laufen finde ich super soll ich einfach mal dem weg folgen oder sollte ich noch an die stadt rein weg ich weiß jetzt nicht ich gehe längst das ist eine Kuh ich streichel dich ich bin in der Kuh drinnen nein warte ich wollte das nicht ich wollte dich nur streichen oh du bist stehen geblieben danke ich hau dir damit jetzt voller keiner aufs Marsch ok dann halt nicht ok lass mal gucken wen wir hier abknallen können vielleicht einen von den Kollegen hier er hat mich gesehen dem brate ich einen rüber und noch wieso fuck alter wieso hält der Typ so viel aus kann mir das mal bitte einer sagen guck mal ich schieße dem Typ mit voller Kalle in die Fresse schlechte Idee ganz schlechte Idee okay ich habe keine Moni mehr also das nenne ich Glück jetzt blut ich oh GPS oh ich blut doll nein fuck weil ich hätte da noch irgendwo eine Bandage ich muss mir eine Bandage bauen jetzt habe ich mir Dressing geholt ist auch sowas ähnliches wie eine Bandage nur besser schnell mach was ok ok danke alter was ist das denn für ein fettes Ding eine Echo ich möchte gerne Echo spielen aber leider habe ich nicht das Geld dazu verloren alter das ist ja ein fettes Ding warte ich hätte ein Skin drauf stimmt alter Leute sagt mir bitte dass das nicht sagt mir bitte nicht dass es nicht scheiße aussieht von ja ich habe ein Skin da drauf ich konnte nämlich so Kisten öffnen ist das da oben ne Desert Military Vest Equip oh Fell alter so warte jetzt habe ich doch auch GPS ja nice wo bin ich denn hier da ähm links ist ne Militärbasis und wenn wir jetzt geradeaus gehen da ist Alberton ok fände ich gut dass man sich hier so gut orientieren kann ja 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 ok warte gibt es hier noch was hier noch was ja das ist ein Medi Medikamenten Zeugse ok was ich habe kein Magazin mehr ne ja ich habe nur einen Schuss so ich will jetzt gucken wie verdammt mächtig diese Waffe ist 3 2 1 scheiße scheiße oh nein ich habe jetzt meine warum habe ich denn auf allem nur 1 1 schuss scheiße ich habe einen umgebracht ok den kann ich eigentlich fett aufs Maul hauen ey kommst du mal wieder 2 2 2 3 er hat irgendwie Probleme ich will es ja du bist hässlich 1 1 alter der hat mich grad voll erschrocken alter Junge ok warte warum hat meine Waffe denn nur 1 1 schuss ist voll abgefuckt boah alter ich will diesen mega schlag machen wo er so von der Seite so richtig fett in sein Ohr rein dreht aber nein ich habe keine Ausdauer mehr Kuh geht mir aus dem Weg wie die läuft wie die läuft wo wo äh 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 scheiße 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 verpiss dich doch was bist du denn für ein abgefuckter Geist alter hey Junge der fuckt mich so ab ne wenn du auch so einer bist nicht kack im strahl ok du bist normal obwohl die normalen mir irgendwie weniger Sorgen beregnet diese komischen Geisterviecher weil diese Geisterviecher irgendwie mich ganz sitze auch ne das ist ein Sprinter und ein Crawler Crawl out through the fall out next to me oh baby crawl out through the fall out next to ich komm nicht mehr raus scheiße ok warte ähm man kann nach nach irgend das ist gut das brauche ich ähm 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 kein Anstand heutzutage ok wie schnell bist du sehr schnell du bist irgendwie so ein Hund ey 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 komm mal her Junge ist das eigentlich dumm oder so ich glaub ich glaub die Zombies haben irgendeine Gehirnstörung außer dass sie Zombies sind Alter wie viele Schläger aufs Maul willst du ein Loch bekommen da hinten ist irgendwo die Militärbasis da hinten ne oder warte mal ich guck mal nochmal auf die Map ne wir gehen jetzt nach Williston ja ne ist ein Airport das ist gut weil man da Flugzeuge finden kann nicey nicey es gab glaub ich auch noch ähm ähm Schwierigkeitsgrad Gold so ich weiß nicht wirklich was da so anders ist als ähm easy normal oder halt hart also auf jeden Fall gibt's ein Schwierigkeitsgrad Gold und ich weiß nicht ob der scheiße ist also so richtig krass ist oder halt richtig easy peasy ist wie so irgendwie ja also nicht wie der hier also ich weiß dass man auch irgendwie die Bosse finden kann aber im Hard Modus wenn ihr das mal sehen wollt dann könnt ihr gerne mal irgendwie ein Like da geben ab 20.000 ab ab nein ich weiß nicht ob ich das mache so ab 0,5 Likes was ist denn was ist denn guck mal auf die sch die Straße hat einen Wackelkontakt ok ja alles klar straa- ok alles klar game what the fق ähm äh zäher 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 jetzt haben wir jetzt haben die komplette verarschen oder wie behindert muss man als Zombie sein ich weiß dass man dumm sein kann aber dass man wirklich so behindert ist dass man einen Überlebenden sieht zu ihm hin rennt mal guten Tag sagt und dann wieder weg rennt ja fressen fressen oh ne ok hi no m tschüss ich habe ein schnorchel im Kopf ich habe ein schnorchel im Kopf ich hab grad ein T-Shirt aufgehoben denn ich hab einen schnorchel im Kopf ich hab einen schnorchel im Kopf ich hab ein schnorchel im Kopf ich hab Eier aufgehoben hey da kommt ein Krabbel Sacrebleu Sacrebleu ne Sacrebleu Trüglas Sacrebleu ich es ist noch viele Jahre her was ich grad gesagt habe ach ja die guten ähm kannst du mal abhauen bitte das so schnell wie möglich die guten alten Nerf War Zeiten HALT HALT warte ach vielleicht soll ich irgendwann mal wieder was essen ich hab Hunger also in Wirklichkeit jetzt ne ich hab Hunger es tut weh ich glaub ich sterbe ich glaub ich sterbe ich glaub ich sterbe scheiße kostet das viel alter ok warte ne gear ich glaub das ist das hier gear ich glaube das ist das hier ja warte kann ich denn ähm hockey schreibt man den Hockyschläger ich hab das immer noch nicht ich verstehe das nicht ich irgendwie verstehe ich das nicht scheiße alter mich verfolgen nekromanten hilf mir oh Gott oh ne Bandage okay naja wo ist die Bandage, meine Bandage, ich war eine Bandage, ja, ich war eine Bandage, danke, hier also wem soll ich aufs Maul hauen? Hier, ne? Volle Kanne in die Fresse Mann! Was? Piss dich, Alter! Piss dich, Alter! Leck mich! Warum hat ein Bäcker einen verdammten Hockeyschläger bei? Okay, wir müssen jetzt leise sein! Das ist schon wieder so ein Mistvieh, Alter, aber ich will mich nicht abschrecken! Da ist so ein Video! Rennen! Da war mehr als ich gedacht hab! Ich hab Fehler! Ich hab Fehler gemacht! Ich hab Fehler gemacht! Nein, 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 nein! Geht weg! Nein! Geht doch weg! Ich will euch nicht! Ich muss mich hier und jetzt heilen! Okay, warte! Das hier? Bitte! Ich brauch mehr! Ich bin grad einfach fast gestorben! Ey, aber wie schlau ich bin, ne? Warum ist da so ein Hund, Bäcker? Okay, da hinten waren noch irgendwie Steroide oder so, oder auf jeden Fall war da irgendeine pinke Spritze. Die will ich mir auch geben! Richtig hart, fett! Oh, Morphin, Alter! Das ist echt ne Droge! Ich... Okay! Drogen nehmen! Ja, alle Tabletten! Soll ich mir einfach mal gleich... Ich pfeffer mir einfach gleich alle Tabletten rein! Nein, irgendwie nicht, aber... Wenn ich mir jetzt so alle Tabletten reinpfeffern würde... Normalerweise würde ich sterben! Aber in diesem Spiel nicht! Das ist geil! Was zum... Den kann ich aufs Maul hauen, ne? Boah! Ey! Ich dachte, ich kann ihn noch einmal aufs Maul hauen, ne? Aber da war meine Ausdauer leer! Ein Grocery-Store! Okay, warte! Lass mich mal kurz die Chips essen! Extra crispy! So, was haben wir hier noch? Irgendwelche Beeren? Das ist nicht gut! Das ist echt nicht gut! Ähm... Ach du Scheiße! 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 Alter, meine Steuerung ist umgekehrt! Nein, ich will nicht sterben! Nein! Nein! Schlag doch! Schlag doch! Verpisst euch! Oh! Oh, ver-ver-ver-ver-ver-ver! Mein Leben, mein Leben, mein Leben! Mein Leben, mein Leben! Wo ist die Meinung nach? Heilig, heilig, heilig! Nein! 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 Ich war doch so gut dabei! Ich war infiziert! Der Bastard hat mich infiziert! Ach du Na... Ich hoffe es hat euch gefallen! Wenn ja, dann lasst doch mal ein Like da! Also, mir hat das Spiel auf jeden Fall gefallen! Es ist echt cool! Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute! Ach ja! Und jetzt könnt ihr unten rechts einfach mal kurz meinen Kanal abonnieren! Das wäre auf jeden Fall sehr nett! Und jetzt kann ich mich von euch verabschieden! Und... Peace! Und jetzt... Und jetzt...